UNTERTITELUNG Hilfe! Ich bin verletzt! Ich brauch Hilfe! Lass deine Waffe fallen! Lass deine zuerst fallen! Runter damit! Jetzt du! Ich will deine andere Hand sehen! Ich fürchte, wenn ich die Hand da wegnehme, fällt mein Magen raus! Ich muss deine andere Hand sehen! Was hast du in der Hand? Nichts! Lass deine Waffe fallen! Was hast du in der Hand?